Kussense, wirken Kussense an die Außenseite, in der Seite ist Deutschland, Außenseite ist die Holländer, kommt jetzt Luther nach die erste Stelle in uns Sieg von dem Finis und macht es immer schwer, aber da gibt es noch einmal ein Finale hier, und dann kämpft er noch bestimmt wieder mit Jens Koide um die Überwindung. Soll es halt auch redet, was sag ich noch nicht? Ich mag da aber nicht so viel. Tom Kleinen, in diesem Fall, mit Leon Jongsen und der Kjapposchema, Siebelogema, Leon Waldhavens, Mr. Dynamite, auf dem Track, ja, er ist da jetzt, auch angenehm, also angenehm, so, hm, er wird nicht so schnell fahren, ich denke, dieses weekend. Und wir haben Christoph Rollo, von Lafranche, zu der Piste. Ich habe ihn richtig heiße bei, ja. Race number 11, girls category 9,